Ich kann mich jetzt gar nicht so daran erinnern, was die Blödsinn waren, was ich aber nicht mochte zumindest, das kann ich sagen, ich weiß, damals bei Türkisch für Anfänger oder Faki Goethe war das immer, da ging es dann oft immer um dieses imaginäre Six-Pack, was ich im Film hatte und das ist natürlich totaler Blödsinn, also ich musste mich damals für den Filmen immer, immer, immer gnadenlos runterhungern und viel zu viel Sport machen und das war, das war überhaupt kein Spaß und das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, insofern hatte ich auch außerhalb des Films nie einen Six-Pack und dann war das doppelt blöd, immer darauf angesprochen zu werden, vor allen Dingen, weil es auch, eigentlich mich dann immer so ein bisschen reduziert hat und ich hatte das Gefühl, ich werde dann immer so auf so eine Äußerlichkeit reduziert, die wenig mit meiner eigenen Persönlichkeit zu tun hat oder mit meinem wirklichen Ich.